Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Heroes of the Storm zusammen mit Skrall und Labo Moinsen Hallo Und ja, ich bin hier heute mit Malfurion unterwegs, Healer, Tank und so Ich spiel Johanna und wir gehen Top-Lane, Sascha Wir gehen Top-Lane, alles klar Die Map ist schick Ja, die Map ist richtig nice Das ist aber auch ne neue, also für mich ne neue Map muss ich sagen Ich glaub das ist die, ja genau da kannst du Ich weiss gar nicht Ne, da kannst du nämlich nicht attacken Du musst das ganze über diese Altare hier machen, die ihr da in der Mitte seht Ok Da kommen dann Ghosts raus und die schießen dann auf die gegnerische Base und das macht dann Damage Aha Das ist doch ähnlich wie die Wüsten Map, oder? Gut, da kann man auch Oh Jaja, passt, passt Kannst ein bisschen baiten Ja, warte mal, ich muss Was? Ja, ich baite Aua Hilfe, ich weiss nicht was ich mach Ja, das war mir doch genauso Gut, heal mich Äh, wie? Ich weiss nicht welche Fähigkeit Ah, die Queue, ok Ne, warte ich hab mich selbst gehealt Ich hab mich selbst gehealt Tja Warte Stellts Da Ok 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 Das ist Alles klar, ich hab den Heel auf mich gesetzt und den Schaden auf dich Gut Gut, danke Weg von dir Ja, genau Ich bin schon bei 3 und wir noch bei 2 Weil wir zwei mal schon gestorben sind, könnte ich sagen Achso, ok Lass mich mal erstmal tanky werden, dann schauen wir weiter Ja, ich komme gerade ran Ja, ok, wir müssen jetzt eh zu den Dingen gehen hier Ja, machen wir Macht es denn den Gegner zu den Vayden? Ne, nicht wirklich, ne? Da, jetzt drauf Den holen wir uns Zack, weg Bleib du mal drüben Du kommst mit mir mit Oh, oh, ok Muss ich hier was kaputt machen oder muss ich hier nur in der Nähe stehen? Ah, ok, Alita wird erhobert Hilfe, Hilfe zu Hilfe, Sascha heal Ok, und jetzt drauf Ich hab mich hier erst wieder in 2 Nice Lo Ach ne, ich bin gar nicht tot Ne, ne, das ist der Kannst du mich wieder healen? Äh, sofort Warte Ja Wo bist du? Hier Ich glaube deinem Leo-Rig Oh, oh, hier Alter, schwelle Ja, ich bin Hier das Oh Ja, Leo-Rig Achtung Oh Gott, Wallah, ok Ok, er hat sich geboardet Können wir das Ding noch einnehmen? Ne Ne Ja Ok, wieder auf die, auf die Lanes Alter, ist das kompliziert, ey Ja, das ist ein bisschen komplizierter als LoL Ja, ist es durchaus Das Gute ist, du kannst deine Dinge einfach rein triggern, deine Roots Und ich hau dann einfach meine W rein, komm mal hoch Sascha Und ich sind eins Seien wir die schon, komm die gönnen wir uns jetzt erstmal Genau, und mit den Roots fesselst du die jetzt einfach, während ich die halt ihr ordentlich vorhau Ja, wobei ich halt ne ordentliche Abklingzeit auf die ab, ne? Das ist okay Oh Weg, 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 weg Komplett weg Ok, wow Lauf du Save your life Oh, jetzt holen die sich das Camp Oh, ihr fucker, ey Ah, Alter, what the shit, ey Ja, gut, kann ich nichts machen Wow, ich bin schon wieder gestunnt, ey, alter Der untere Altar erscheint gleich Gehen wir da gemeinsam hin, oder? Ja Nö, so nicht Kommst du weg? Brauchst du Hilfe? Soll ich hochkommen? Ne, ne, runter, 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 runter Ja, ja Ja, ich hab ein ganz kleines Problem hier gerade Leute, das ist schon unser Altar Ok, auf den Ding Eure Feinde können nicht vor euch bestehen Gut gemacht Nice, ok, wir schießen nochmal Damage Wir gehen mal schnell hoch Ah, jetzt Genau jetzt Rätzt der sich hier, ey Verdammte Scheiße Nein Nein Das muss doch mal üben mit dem Ja Ok, die sind bei uns in der Base Was machen die bei uns in der Base? Die sind mir hinterhergerannt Und die haben mich noch weggesnackt Die Drecksecke Aufpassen Ich brach den Ja, ok, hier los Oh Gott, zurück, 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 zurück Das sind zu viel Ähm Pass mal auf die Hände Oh, ich bin so schnell gestunnt, ey Ich hab gar kein Heal ge... Äh, die Skills Ja, ein bisschen Das heißt, der Guide ist nicht up to date Achtung, weg, 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 weg Alter, bin ich gestunnt Hast noch mal ein Heal? Nein Fuck Leute, ich... Ich hab noch eine D? Ja, natürlich hast du eine D Natürlich hab ich die Wie? Sein Special Ist ein Mana-Wreck Das hätt ich auch probieren können, dann hätte ich ein Schild gekriegt Ah, shit, ey Ja, weil du halt relativ schnell dein Mana wastest Komm, haltet noch kurz Ich bin gleich da Okay, ich bin da Ah, alles cool Oh Aua Aua Was ist denn da jetzt hinkommen? Ja, back Back? Die sind schon wieder zu zweit hier unten Ja, egal Halt auf, halt auf Die dürfen das nicht machen Ich glaub, wir haben es schon gemacht Nee, noch nicht, oder? Nee, sie haben es noch nicht eingenommen Jetzt nehmen sie es ein Sie nehmen es ein Ja, klar Aber da wird's Ja, ja Ah, schade Egal, komm, die holen wir uns auf jeden Fall Was? Das sind drei oder vier Leute gewesen Ja, und wir auch Okay Boah, boah, was? Wie schnell war ich denn jetzt tot? Lol, das hab ich überhaupt nicht mehr bekommen Ich auch nicht Die Leute sind Warners macht so ein unheimlicher Ort 44% war das Hab ich nicht mitgekriegt Boah, alter Ja, Kim Muradin hat auch sein Ulti schon Oh, shit, das hab ich nicht gesehen Okay, wir müssen Ziemlich hart jetzt zurückschlagen hier Aua Wenn die jetzt den Tower hier einnehmen Dann wird das zu einem von Danny ihren Towern, gell? Okay Äh So, ich hab mein Ulti Was mach mein Ulti? Regeneriert Verbündete Wow Mach mal das Totem kaputt Entschuldigung Nice Ey, ich werd gehaut Und so hart Wie die Natur gewinnen Woaa Warum schickerst du die Ulti? Weil ich dachte, die ist effektiver Und weil ich lower Tch Die ist gar nicht mal so geil Naja, CWC ist relativ wichtig gegen Ende, wenn wir halt große Teamfights haben. Ja. Ah fuck, da kommt die schon wieder, ey. Ja, gut Sascha. Oh, scroll weg, oh fuck. Erstmal die triggern. Hinkt ihr die noch? Ne, ach die hat Ulti getriggert, oh man. Warum machen hier Reynas Ding ins Kirchen eigentlich nix? Aua, Aua. Ich kann dich grad nicht healen, ich hab keinen Mana. Ne, warte mal, ich will sowas jetzt. Alter. Das ist anstrengend, das Spiel. Äh, ja unten. Du bist witzig. Ich bin fast tot. Und ich hab keinen Mana um mich zu healen. Boah. Oh Gott. Ich hatte den, ich hab den Stamm gekriegt. Da hat sein Ulti drauf. Schnell. Ihr müsst was machen, sonst geh ich drauf. Ja, du bist witzig, ich hab keinen Mana für nen Heal. Oh jetzt. Ich hab mich grad schon geopfert, dass die mir hinterher rennen und den Schrein in Ruhe lassen. Ja, warte. Ja, das ist nicht gut sich opfern dafür. Aua. Boah. Das war auch nicht so geplant. Oh mein Gott. Aaaaah. Komm ich ernsthaft weg. Okay, wir müssen jetzt mal ganz langsam anfangen zu deffen. Witzig. Alter, was ist da los schon wieder, Herr? Weißt du, die... Guck mal, wenn wir die Waller hier unten wär, wär das top. Aber da wir uns alle hier auf die Lanes verteilen, wie sonst noch was, können wir im Moment gar nichts machen. Einfach überhaupt nichts. Boah. Oh Gott. Achtung, die kommen hoch. Jaaaaaaaaaaa. das war's muss ich jetzt mal fuhren Solo auf der Länge aber die Ländischen Fuschen das ist halt so es ist natürlich ist das absolut ist so vor der Vorbereitung was macht er ja man die Welt ist hier dort der Römer Beuze vor nach dem Tag mit oder auch die Lille auf die Lille ist wichtig dass die Füße alle zu hoffen 0 und dort und der zogen ab 22 Sekunden auf Bordestand viel zu lang die sind schon wieder da bevor wir hier irgendwas machen können dass der Leorick schon mal und da kommt der Ding ich kann nichts machen ja los weiter geht's jetzt holen wir gleich gute arbeit da kriegst du auch ein heal für nein ach komm meine fucking e braucht viel zu lange zum triggern vorsichter ich bin beeindruckt alter nice sasha gegen weg mann auffüllen und dich hin da war einer weg hier war so geht es doch her oder können sie sich damit auch bei uns rein porten du kannst in die tunnels rein ja die gehen auf die toplanen die wollen unseren tower doch wohl die mitte was hier ganz viele ganz viele zwei ich krieg sie nicht mehr scheiße war falsch getriggert gott habe ich mir da erschrocken dass er plötzlich zwei leute um mich herum standen nice richtig gut danke ich weiß nicht wie ich das gemacht habe aber es war geil ja das reicht doch wenn ich es wüsste dann könnte ich es ja wieder machen wollen wir hier mal vielleicht das tor einreißen irgendwie ja war ganz cool bleiben vorsicht alles klar aber langsam werde ich jetzt auch tanki jetzt können wir langsam wieder ein bisschen action machen okay wir müssen runter runter aber lapo macht das solo hey oh jetzt nicht mehr warte ich habe mich hier für dich alles cool ja cool ok geht ihr mal schnell runter geht ihr mal schnell runter ich gehe mal hoch zu disturbed außerdem geile band by the way ja ja gegen den habe ich schon mal gespielt ja bei mir kommen hier ein paar leute ja drauf lapo drauf 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 doch ich bin komplett gestunt wir sind zu zweit nein ach komm die fotze ja we need support we need support hier oben oi 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 nice komm 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 brenner o die 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 nice da kommt er hier da kommt er hier genau richtig hier leoric ist hier irgendwo hin haben die jetzt beide den gekriegt oder was ich kann eh vom unteren haben sie mich eine sekunde zu früh abgehalten hier ist die waller ja wer hat jetzt vermutlich schon die ja guck mal unsere helfer ja das hat aber nicht so reinhauen ja das müssen wir ein bisschen so müssen das camp jetzt die camps holen dass sie ja erwischen ob man das schnell mit hierhin bitte alle aus dem 34 leute scroll da solltest du vielleicht nicht unbedingt so rein ich bin der tank okay ich habe keinen hier für dich ich habe keine ist okay ich kann selber oh mein gott jetzt kämpfen wir unten zwei camps gegeneinander er aber uns gewinnt gottseidank jetzt sind wir nicht naja oder auch nicht top top er mit rossel aber nicht sagen der war mittendrin ok alle drei altäre ja sicher wir brauchen einen unten auf jeden fall ich gehe runter ich komme mit ihr und ne probiert das da oben zu holen ich hab waller gegen mich hier unten müsste ich alleine schaffen ich bin leider noch 14 sekunden weg obwohl das da könnte ich gerade rechtzeitig sein schafft ihr das da oben ihr habt da zwei tanks gegen euch nice aber relativ gut ich versuche gas zu geben ja geh hoch geh hoch ja ich bin ja auf dem weg ich bin gerade erst gespawnt mensch nie was soll das denn waller konzentriere dich doch auf den kampf mensch habt ihr es gekriegt wir kriegen es doch doch haben wir das kommt dann schon runter bitte schnell runter du bist witzig jetzt kommt sylvanas auch noch hierher er kommen wir kommen wir kommen ich nicht aber ich zwei mal bis hin da ist sehr gut drauf 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 die sylvanas kommt jetzt die nimmt ein hatte ich vorhin schon so gemacht sascha nein ja was denn ja was soll er ich hielt auf was ich kann aua kommt er da unten hier nein was macht er denn ich hab zu viele banks gesendet oh komm gräber oh warte ich muss skillen auf das sturm schild oh mein gott hey da geht es wieder los mit den noobs hey ich glaube es geht schon wieder los das kann ja wohl nicht wahr sein oh mein nacken ey ei 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 pfff alter ich habe kürbisköpfe klar gemacht ja natürlich habe ich kein alter gekriegt weil ich alleine eingehalten habe ich hoffe deine mutter korrekt an krebses stück code alter soo ich fick euch alle spasten jawohl Alter kann man ja aggressiv werden in meinem spiel komm her du fickermuradin hey deine mutter ist die nächste die gefickt wird du spaste alter alter drehen wir nicht durch unge soo alter alter jetzt geht es rund Leute jetzt bin ich aggro merkt man nicht kein spaß mehr merkt man nicht ne 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 merken wir überhaupt nicht äh wollen wir hier wollen wir nicht hier ja wir bleiben hier ich muss mir langsam mal angewöhnen dass ich mit rechts laufe ok auf bot wir gehen auch auf bot echt? wir gehen alle runter? hey du bleibst hier oben Sascha auch so so die ersten zwei habe ich jetzt weg hier gemacht so einen weg den nächsten nehme ich auch noch auseinander stück alles klar nice so macht man das Jungs das ging jetzt erstaunlich gut hätte ich nicht erwartet ja jetzt haben sie angst die Pisse dann gebe ich euch am besten den Schild ok am besten jetzt am besten mir den Tank ne das ist ein Schild den alle bekommen ach so ja immer genau sobald du ihn hast warte mal und ich glaube hier ist grad die Ulti gar nicht so verkehrt ja richtig cool aber nice ok back 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 da könnt ihr nicht rein da könnt ihr nicht rein wir gehen hoch holen uns jetzt erstmal das Camp hier dann gehts wund Leute boah holen wir uns den Boss oder was? ja wir gehen jetzt weiter und holen uns den Boss wir gehen jetzt erstmal mit mit und holen uns dann hier in der Midlane ähm was holen wir uns in der Midlane? ja hier den Tower noch dass wir den auch pushen müssen ja weil jeden Tower den du hier eroberst äh wird zu einem extra Tower für uns guck der baut sich jetzt auf ja das ist natürlich geil die ziehen wir mal raus was machen wir? Boss Fight ist schon am laufen hier ja ich bin unterwegs kann ich einen Boss stun? ne kannst du wahrscheinlich nicht Aua ne kein Ding alles klar das sind halt und den oben noch kommt wenn wir gleich wenn wir schon dabei sind ja aber die killen gerade schon uns und weder ok Altare ich gehe runter in die Mitte hier brauche ich noch einen als Hilfe obwohl die gehen hoch die gehen hoch naja Lilly komm her so nicht Lilly wenn die kein Heal haben dann können sie nichts back schönes Ding ich glaub mal bei unserem hier wenn wir jetzt zwei bekommen dann sollte das doch reichen oder? theoretisch ja nehmt die Altäre ein enttäuscht mich nicht das wird jetzt spannend so einen habe ich ja die haben den anderen aber wir schaffen es wir haben es geschafft jawohl ha sauber alter ne gute Wattenspiel dafür dass ich wieder rumgegeben hab wie ein Rohrspatz Malfurion ist irgendwie ein hektischerer Support als irgendwie ein schöner Blitzcrank ey ich glaube dass ich rumgeflucht hab wie ein Rohrspatz ja Level zweieinhalb erstmal ne 3 uh 2075 Gold jawohl ja ich habe auch 830 Gold gekriegt das heißt heißt ich kann mir einen neuen Champ zulegen jawohl ja ich kann mir auch Waller kaufen ne gut liebe Leute das war dann eine neue Runde Heroes of the Storm wir danken vielmals für's zusehen haut rein bis die Tage tschau tschüss das ist das ist das ist